so sieht mein produkt aus das ist jetzt die amazon seite ich klicke auf aktualisieren wie man sieht passiert nichts es werden keine grafiken geladen gar nichts ich klicke jetzt mal irgendwo rauf auf kommende angebote zum beispiel es passiert nichts oben dreht sich nur die eieruhr und es passiert nichts jetzt ziehe ich bei meinem router das dsl kabel raus jetzt klicke ich noch mal auf aktualisieren beim explorer sage ich beinahe aber jetzt dauert es mal ein paar sekunden bis er umspringt zur lte zack jetzt läuft es jetzt irgendwo hin klick zum beispiel zack wird die neue seite geladen sobald ich das dsl kabel wieder rein steckt geht es wieder nicht